Hi, hier ist Melly und in diesem Video geht es darum, wie man am besten und effektivsten Körperfett verliert. Hi, hier ist Melly von CaramelSecrets.de, der Blog, wo du lernst, was dir beim Abnehmen wirklich hilft und dabei die uralt Abnehmregeln aus dem letzten Jahrtausend hinter dir lässt, denn sie helfen ja sowieso nicht. Wenn dir das zusagt und du endlich herausfinden möchtest, warum dir das mit dem Abnehmen schwerfällt und vor allem, was du tun kannst, damit es wirklich erfolgreich klappt, dann abonniere am besten jetzt gleich meinen Kanal und du bekommst zweimal pro Woche fresh Videos, die dir dabei helfen. In diesem Video, wie gesagt, geht es um das Thema Körperfett verlieren. Und jetzt nicht Gewicht verlieren, sondern Körperfett, weil das ist das, was wir eigentlich wollen. Und Gewicht verlieren, abnehmen, das ist immer so ein bisschen Umgangssprache. Jetzt das Allerwichtigste in meinen Augen ist nicht, dass man gleich anfängt, Sport zu machen. Auch wenn natürlich jetzt am Anfang des Jahres die ganzen McFit Fitness Studios und die Werbung im Fernsehen und so weiter uns immer versucht, ein schlechtes Gewissen zu machen, dass wir zu faul sind und deswegen zugenommen haben. Aber was sie uns nicht verraten, ist wirklich, die Ernährung macht 80% von unserem Erfolg beim Abnehmen und dauerhaft schlank Leben aus. Das ist wirklich so. Das heißt, wenn du 10 Kilo oder 20 oder 30 oder mehr abnehmen möchtest, dann brauchst du dich erstmal gar nicht mit dem Sport auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass du deine Ernährung umstellst und dahingehend, dass du fettverbrennende Lebensmittel zu dir nimmst. Also Fat-Burning-Food. Und ja, das gibt es. Nur darfst du nicht die Dinge essen natürlich, wie du bis jetzt gegessen hast. Das heißt, die ungesunden Sachen natürlich nicht. Die kann man aber durch gesündere Alternative ersetzen. Da habe ich auch eine Playliste dazu. Die verlinke ich unten oder hier oben in der YouTube-Card. Da könnt ihr mal durchgehen. Da zeige ich euch einige Produkte, die man im Supermarkt findet, die gute Alternativen sind. Snacks, Nudel-Alternative und so weiter. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, also 80% von deinem Abnehmerfolg ist von der Ernährung wichtig. Das bedeutet, dass du dich damit am besten wirklich auseinandersetzt. Wichtig ist wirklich auch, dass du diese alten Abnehmregeln von 1970, 80, 1990, also dieses alles, was du im letzten Jahrtausend gelernt hast, verlernst. Das ist wichtig, weil dein ganzes, ob du jetzt was machst oder nicht, ob du jetzt Sachen veränderst oder nicht, es geht ja davon aus, was du denkst und dein Glaubenssätze. Und wenn du immer noch glaubst, dass du wenig essen musst, wenig Fett essen musst und viel Sport machen musst, um abzunehmen, dann wirst du niemals, niemals, niemals es schaffen, das dauerhaft zu halten. Warum? Weil du mit dieser Methode abzunehmen, gegen deinen eigenen Körper arbeitest. Du arbeitest gegen die natürliche Biologie deines Körpers. Und das wird dir keiner sagen in Frauenzeitschrift, ja, weil wenn wir das alle wüssten, dann bräuchten wir keine Diätindustrie mehr. Let's dance! Wir müssen lernen, dass vieles, was uns früher geraten wurde, wir ja jetzt sehen, 50 Jahre später, anhand der Entwicklung der Gesellschaft, dass es schlechte Ratschläge waren. Und dadurch können wir auch aus dem Diätspiel dieser Diätindustrie ausbrechen. Das heißt, ganz konkret, was könnt ihr machen? Ihr müsst erkennen, dass das Abnehmen hormonell ist, dass es nicht nur darum geht, weniger Kalorien, sondern einfach bessere Kalorien. Also ich würde jetzt sagen, du musst gar nicht weniger essen, du musst nur hochwertige und bessere Kalorien essen. Das heißt, Sachen essen, die eher dein Körperfett verbrennen. Weil, wenn du was isst, du kannst Körper, jedes Mal, wenn du was isst, verbrennt es Körperfett oder es speichert Körperfett. Also wenn du schneller abnehmen möchtest, kannst du Sport machen. Aber es ist am Anfang nicht so wichtig. Wichtig ist wirklich, dass du natürliche Lebensmittel isst, also Real Food, Sachen, die man ohne Etikett kaufen kann. Oder wenn du eine Zutatenliste hast, dass du es umdrehst und liest, das sind weniger als fünf Zutaten auf der Liste. Das sind alles Sachen, die du aussprechen kannst. Also es ist schon krass erschreckend, wenn du mal eine Liste, einfach geh mal, hier, mach mal das. Geh mal in den Supermarkt das nächste Mal und geh zu irgendeinem Regal. Also nicht in der Bio-Ecke, aber irgendwo. Nimm irgendein Produkt raus, wo es ist, irgendein Snack, egal. Dreh mal um und lese mal das alles vor, was da drin ist. Und ich würde dir sagen, bestimmt zwei Drittel davon kannst du gar nicht aussprechen. Und wenn du es nicht aussprechen kannst, dann weißt du auch gar nicht, was es überhaupt ist, was du in deinen Körper rein tust. Und dann lauter Chemie und so sagen. Ja, keine Ahnung, wie das wirkt es, dann weiß man auch gar nicht, wie wirkt es im Körper. Also sicherlich nicht gut, weil wenn ich nicht weiß, was es ist, ich möchte es mittlerweile nicht mehr in meinen Körper rein tun. Alles in Maß natürlich, Ausnahmen gibt es immer. Aber früher, das war mir scheißegal, was da. Ich dachte, wenn ich das kaufen kann, da wird es mich schon nicht umbringen. Dann wird es okay sein, aber das ist eine falsche Denke. Weil es hält einem fest da, wo man eigentlich nicht sein möchte. Also eat real food. Und es ist Sachen, die nicht deinen Körper dazu zwingen, Körperfett zu speichern, sondern Körperfett zu verbrennen. Also Körperfett zu verlieren. Wenn du zum Beispiel früh ein Brötchen mit Marmelade isst oder Nutella, das ist fettspeichernd. Dann fängt dein Körper an, den ganzen Tag Fett zu speichern, anstatt es zu verbrennen. Und ich meine, was du isst in der Früh ist deine eigene Entscheidung. Wenn du jetzt zum Beispiel lieber ein Ei isst, ein bisschen Gemüse dazu isst oder Haferflockenbrei dir was richtig geiles machst mit richtig frischen Früchten, Kokosnuss, Zucker und so weiter. Also ich habe auch ein Rezeptheft, also ein Fat-Burning-Rezeptheft kostenlos. Wenn du auf karmasecrets.de kommst, kannst du dir das kostenlos runterladen. Und da sind sieben oder sechs oder so Frühstückideen zum Beispiel. Wenn man jetzt nur immer denkt, oh ich gehe zum Bäcker und hole mir ein Teilchen. Du hast schon verloren. Du hast für diesen Tag schon verkackt, wenn du das machst. Weil dann speicherst du Fett. Weil was passiert ist, Fett wird gespeichert im Körper jedes Mal, wenn dein Körper was zu essen bekommt, was wie Zucker im Körper wirkt. Das heißt, ja, Zucker, aber auch Sachen, die wie Zucker wirken. Also weißer Reis zum Beispiel, normale Nudeln aus Weizenmehl, normales Brot aus Weizenmehl, ja, auch Vollkornbrot. Das ist ein Trugschluss, dass man denkt, dass das viel gesünder ist. Es ist vielleicht minimal gesünder, aber richtig gesund ist es trotzdem. Ich hatte trotzdem Gluten, es hebt trotzdem den Blutzuckerspiegel an. Und was passiert, wenn der Blutzuckerspiegel ansteigt, dann schüttet unser Körper das Hormon Insulin aus, um den Blutzucker wieder zu senken. Und während dieses Prozesses wandelt der Körper diesen Blutzucker, der zu viel ist, in Körperfett um und speichert es. Deswegen ist es wichtig, Dinge zu essen, die den Blutzuckerspiegel stabil halten. Also good carbs, gute carbs, also mit Ballaststoffe, Haferflocken. Du kannst Nudeln auch kaufen aus Buchweizenmehl, aus Erbsen, aus rote Linsen. Also es gibt wunderbare Alternative, sodass man auch gar nicht auf alles, was man glaubt, verzichten muss. Ja, natürlich, worauf du verzichten solltest, ist der Gang zum normalen Bäcker. Aber schau mal online, es gibt auch so Gluten-Free-Bäcker, die vielleicht auch wirklich, da musst du halt mal gucken, wie die Zutaten sind, mit guten Zutaten arbeiten. Aber der normale Bäcker um die Ecke, der ganz normale Weißmehlbrötchen dir gibt, wenn du wirklich es ernst meinst mit dem Abnehmen, geh nie wieder dahin. Geh nie wieder dahin. Geh nie wieder dahin. Okay, das war ein bisschen längeres Video. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wenn ihr Fragen noch dazu habt oder Anregungen, auch für zukünftige Videos, einfach ab damit in den Kommentaren. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine geile Zeit, einen tollen Tag. Bis zum nächsten Video. Eure Melli. Ciao, ciao.